Herzlich willkommen zu unserem heutigen Tutorial. Hier zeigen wir die Einrichtung der Synchronisation für mobile Endgeräte. Vorab ist es wichtig zu wissen, dass wir direkt über WLAN bzw. UMTS, also über die Internetverbindung Ihres Handys, arbeiten und Sie deshalb kein Kabel brauchen. Die Synchronisation läuft auch nicht über Outlook. Wir empfehlen außerdem, die Synchronisation aus Kostengründen im Ausland temporär zu deaktivieren und eine Internet-Flatrate für Ihr Mobilgerät. Schritt 1 erklärt ein paar kurze Vorbereitungen in der eGroupware, Schritt 2 die Installation und Schritt 3 die Konfiguration. Zunächst zu den Einstellungen für die Synchronisation auf dem Client per CalDAV. Wir treffen hier alle Vorbereitungen für die Einrichtung der Synchronisation direkt vorab in der eGroupware auf dem Computer und zeigen Ihnen, welche Parameter Sie hier anpassen können. Zum einen sehen wir den Kalender, hier von unserer Demo-Benutzerin Nicole Oster. Später können wir hier überprüfen, ob auch alle Termine auf dem Client übernommen wurden. Außer Terminen synchronisieren wir Adressbucheinträge und Aufgaben aus der Infolog-Anwendung. Um die Anpassungen vorzunehmen, klicke ich auf Einstellungen in der oberen Menüleiste. Hier ist es wichtig, dass Sie das Protokoll CalDAV-Cardav auswählen, da hierüber mit der App synchronisiert wird. Unter Kalender kann ich einstellen, welche Kalender synchronisiert werden. In unserem Fall wählen wir hier nichts aus, weil wir unseren persönlichen Kalender synchronisieren. Im unteren Bereich geben Sie den Zeitraum der Synchronisation an. Die Einstellung, Termine bis zu einem Jahr in die Zukunft und 100 Tage in die Vergangenheit zu synchronisieren, hat sich bei uns bewährt, kann aber von Ihnen auch geändert werden. Beim Adressbuch wähle ich jetzt, welche Adressen ich synchronisieren will. Bei Android-Geräten ist hierbei wichtig anzugeben, dass alle gewählten Adressbücher in eines synchronisiert werden. Hier setze ich also einen Haken, da es ansonsten nicht funktioniert, mehrere Adressbücher auszuwählen. Das persönliche Adressbuch wird immer synchronisiert, ich kann aber weitere Adressbücher auswählen. Hier zum Beispiel füge ich noch die Geschäftskontakte hinzu. Als letzten Schritt passe ich noch an, welche Typen von Infologs auf dem Endgerät synchronisiert werden sollen. Die Voreinstellung hier ist Aufgaben. Wenn Sie andere Infologs hinzufügen wollen, zum Beispiel Anrufe, markieren Sie diese einfach mit einem Haken. Sollten Sie den Menüpunkt Einstellungen KALDAF, KDAF nicht haben, dann liegt das daran, dass Ihr Administrator diese Einstellung noch nicht für Sie freigegeben hat. Soviel zu den Einstellungen in die eGroupware. Wir wechseln für Teil 2 zur Ansicht des Mobilgeräts. In diesem Fall nutzen wir ein Samsung-Tablet, also ein Android-Gerät. Die Installation auf Apple-Geräten erklären wir später in einem anderen Video. Um die Anwendung zu installieren, klicke ich auf meinem Tablet auf Play Store, um alle verfügbaren Apps zu finden. Wir haben hier schon über die Suchleiste oben nach Apps für eGroupware gefiltert. Zum einen sehen wir hier ganz links oben den KALDAF-Sync-Client von Martin Geider. Diese App für 2,59 Euro nutzen Sie, wenn Sie die Community Edition verwenden. Die zweite App von links ist ein kostenloser Client, den wir unseren Kunden aus dem Stylite-Hosting bzw. Kunden der EPL-Version zur Verfügung stellen. Klicken Sie einfach auf das entsprechende Icon, so gelangen Sie zur App und klicken dann auf Installation. Hier öffnet sich ein Fenster, in dem Sie gefragt werden, ob Sie Zugriff auf Kontakte und Kalender erlauben. Da dies zur Synchronisation erforderlich ist, klicken wir hier auf Akzeptieren. Die Software wird jetzt auf dem Tablet installiert. Dies kann einen Moment dauern. Hier sehen wir, dass die Software schon vollständig installiert ist und können Sie jetzt entweder direkt öffnen oder abbrechen und Sie später vom Desktop aus starten. In Teil 3 zeigen wir Ihnen den letzten Schritt, die genaue Konfiguration aller Einstellungen auf dem Mobilgerät. Auf unserem Tablet-Bildschirm sehen wir jetzt den neuen Menüpunkt Smooth-Sync. Hierüber können wir eGroupware auf dem Tablet einrichten. Sie brauchen hierzu von Ihrem Administrator die URL, also die Adresse, unter der Sie Ihre eGroupware erreichen. In unserem Beispiel ist die URL webinar.eGroupware.de wichtig ist, dass Sie auf Ihrem Tablet genau die URL zu Ihrer eGroupware eintragen. Genauso geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort an und klicken dann auf Anmelden. Ihre Zugangsdaten werden überprüft und die Verbindung wird hergestellt. Herzlichen Glückwunsch, die Einrichtung der Synchronisation hat geklappt und Sie können jetzt noch weitere Einstellungen bearbeiten. Zum Beispiel gibt es die Option, weitere Kontakte aus einem anderen Adressbuch Ihres Mobilgeräts zu importieren. Genauso bearbeiten Sie hier Ihre spezifischen Kontoeinstellungen. Klicken Sie hier auf Fertig, können Sie natürlich jederzeit zur Konfiguration zurückkehren. Wenn wir jetzt auf dem Bildschirm Einstellungen anklicken, sehen wir hier schon unser neues Synchronisationsprogramm. Mit einem Klick öffnen sich unsere Konten und wir sehen, dass gerade synchronisiert wird. Wählen wir den Account mit einem weiteren Klick an, wird genau angezeigt, was gerade synchronisiert wird. Aktuell sind noch nicht alle Kontakte übertragen. Möchten Sie die Synchronisation anhalten, klicken Sie auf den Button ganz rechts oben. Wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück zu den Kontoeinstellungen. Hier kann ich zum Beispiel das Synchronisationsintervall ändern. Wenn ich jetzt den Status meiner Synchronisation anschauen möchte, gehe ich zurück zum Desktop und dann zu den Kontakten. Hier sehen wir, dass schon einige Kontakte übertragen sind. Genauso werden Kategorien übernommen, wie zum Beispiel Interessent oder Kunde. Haben Sie Bilder zu den Kontakten hinterlegt, werden diese auch übernommen. Auch im Terminkalender sind jetzt alle Termine zu sehen. Ich kann jetzt mit einem Klick einfach einen Termin öffnen und auch bearbeiten. Trage ich jetzt einen neuen Termin auf dem Tablet ein, wird er sofort mit der eGroupware synchronisiert und umgekehrt. Um InfoLog-Einträge zu sehen, gehe ich nochmal auf SmoothSync und es werden alle Aufgaben angezeigt. Android hat keine eigene Aufgaben-App, aber über unsere App öffnen Sie einfach auf Ihrem Tablet InfoLogs, erstellen neue Aufgaben oder bearbeiten diese. Über den Button ganz rechts oben können Sie InfoLogs aktualisieren, Ihr Konto verwalten oder fertige Aufgaben anzeigen. Wir sind am Ende unseres Tutorials und Sie wissen jetzt, wie Sie Kontakte, Kalender und InfoLogs ganz einfach mit Ihrem Tablet oder Smartphone synchronisieren. Wir sind am Ende.